Bei der Auswahl einer guten Matratze, in der man sich nachts wohlfühlt und ohne Rückenschmerzen aufwacht, kann auf diverse Dinge geachtet werden, sollte auch auf diverse Dinge geachtet werden. Wir haben einmal geschaut, ob sich die HN8 7-Zonen-Taschen-Federkernmatratze lohnt. HN8 Schlafsysteme bietet unterschiedliche Modelle an. Das Modell mit der Bezeichnung Dynamic TFK, welches auch teilweise bei Lidl erhältlich ist, hat sehr gut abgeschnitten. Auch bei der Stiftung Warentest mit der Note gut im Jahre 2019. Da das Modell aber nicht so einfach zu kriegen ist, haben wir uns einmal das Modell 549370 Belvedere angeschaut. Ebenfalls eine 7-Zonen-Taschen-Feder-Kernmatratze, die sich nur wenig unterscheidet. Was taucht dieses Modell? Unten in der Videobeschreibung nochmal der Link zum besten Preis aus unserem Preisvergleich und den wichtigsten Informationen. Dieses Modell mit dem Härtegrad H2 bringt einen waschbaren Bezug mit. Dieser lässt sich bequem bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Zudem hat das Modell in der Ausgabe 11 aus dem Jahre 2009 bei Stiftung Warentest eine vernünftige Bewertung erhalten. Und auch die allermeisten Kundenbewertungen hier, wenn man diese einmal betrachtet, so sind die mit dieser Matratze sehr zufriedenstellend. Denn Rückenschmerzen sind hier keine zu beklagen, sodass sich die Matratze an den Körper relativ gut anpasst und auch für Rückenschläfer und Seitenschläfer zugleich geeignet ist. Sie ist relativ weich, also nicht unbedingt auch für schwere Menschen geeignet und nur für diejenigen möglich zu empfehlen, die eher weichere Matratzen bevorzugen. Ein sehr gutes Modell mit einer Preis-Leistung, die sich tatsächlich sehen lassen kann im Vergleich zu vielen anderen Matratzen aus diesem Preissegment. Wobei die Auswahl nicht gerade einfach ist, aber letztendlich eine günstige und gute Matratze, die sich ebenfalls gut an den Körper anpasst, einen hohen Komfort bietet und sich einfach mit einem Topper ausstatten lässt, falls man vielleicht mit dem Härtegrad dann doch nicht so zufrieden ist. Aber alles in allem bei diesem Preis kann man hier wirklich nicht meckern. Unten in der Videobeschreibung nochmal alle wichtigen Informationen und der jeweilige beste Angebotslink.